Fresh, ASMR zurück. Und zwar, ich bin heute wieder GDA5 Softspoke. Story Mode. Und wir sind wieder mal Trevor. Ich bin hier oben gespawnt. Jetzt muss ich gucken, wohin ich gehe. Das letzte Mal haben wir diese Meth-Farben verstört. Und ja, dann schau dir natürlich auch gerne das Video an. Ich glaube, das war irgendwo da unten. Aber genau sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal runter oder gucken erstmal auf die Karte. Oh Gott, ich muss jetzt hier erstmal runterlaufen, okay. Dann laufen wir jetzt erstmal runter. Ja, oh Gott. Das ist richtig. Muss ich jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach straight up runter. Hoffentlich sterben wir nicht, sondern überleben das. Und gehen nicht dabei drauf. Das wäre ansonsten richtig Mist. Ja, wie immer. Wenn dir das Video gefällt, abonniere natürlich gerne den Kanal. Und lass auch gerne einen Like da. Ja. Komm auf den Discord. Guck mal, hier ist ein Hase. Hier ist ein Hase. Ich habe auch zwei Hasen. Einfach zwei Häschen. Okay, nicht mal Schaden bekommen. Entspannt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Trevor hat was getrunken. So, wie der hier rumläuft. Und. Ja. Dann gucken wir mal, ob hier noch ein Auto vorbeikommt. Oder da drüben steht kein Auto. Das können wir uns einfach nehmen. Auf entspannt. Oh, na komm. Ah, nee. Okay. Dann. Ja. So, wir steigen einfach hier ein. Und. Ja, tut mir leid. Dass ich da euer Auto geklaut habe. Also, tut mir eigentlich nicht leid. Aber. Ich brauche gerade mal ein Auto. Ja. Ich schaue nochmal kurz auf die Karte. Wo gehen wir hin? Wir zeigen, wir gehen auch nach. Wir gehen zum Fragezeichen. Besser gesagt, wir fahren zum Fragezeichen. Und nicht gehen. Weil, wenn ich jetzt gehen würde, das würde sehr lange dauern. Ja. Ah, ich bin wieder ausgestiegen. Das passiert mir so oft. Ah. Dann gucken, kommt hier gerade ein neues Auto. Ah ja, super. Dann muss ich nicht wieder bis runter zum alten laufen. Das ist entspannter. Also. Fahren wir einfach los. Und. Guck mal. Mein Alter ist es sogar schon weg. Es ist schon despawned. Hoch. Sorry. Wieder irgendwo gegenfahren. Ja. Ja. Richtig viele Tiere hier. Rehe. Und Hasen. Und Hunde vorhin. Da. Ja. Okay. Jetzt war ein Stoppschild. Aber. Ist mir jetzt egal. Und mal schauen, wie lange es noch dauert. Wir fahren jetzt einmal um das Wohngebiet zu einer großen, großen Kurve außenrum. Und dann kommen wir wieder von hinten sozusagen rein. Oder? Vielleicht liege ich auch falsch. Okay, so ein paar Biker will ich jetzt nicht. Ah, toll, das ist in Südendorf. Ich habe ja nicht mal irgendwas gemacht. Ich habe ja nicht mal was gemacht. So, dann glaube ich, dass wir auch gleich da sind. Und ja, nur noch ein paar Meter, ein Kilometer noch. Dort unten sieht man es. Oh, bleib doch nicht stehen. Sorry. Ja, fahr doch einfach. Guck dir nicht das Obst an. So, hier um die Kurve noch. Dann hier rechts lang. Und ja, dann sollten wir auch da sein. Da, 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 da lang. Und dann sind wir hier auch schon da. Ach nee, noch nicht ganz. Jetzt sind wir da. Okay. Dann gehen wir mal nach dort. Hallo, hallo. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay, wir folgen weiterhin. Wahrscheinlich gehen wir gleich wieder nach hier oben. Mal gucken, worauf ich dann schießen muss. Guck mal, hier steht ein Einkaufswagen. Ein alter Einkaufswagen. Da war eine Ratte oder eine Maus. Wahrscheinlich eher eine Ratte. Dann... Ja. Oh, der fällt so schnell um. Der läuft aber auch so langsam. Okay. Dann... Worauf jetzt? Ich hab da was. Kapper. Okay. Ne, damit kann ich nur die Waffe wechseln. Okay, und jetzt? Dann... Ah, die hier. Okay. Natürlich muss ich nachladen. Ja, was soll ich tun? Was soll ich machen? Okay. Okay. Okay, haben wir noch einen. Okay. 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 Worauf noch? Da. Was? Wie hab ich den nicht getroffen? Okay. Controller snipen ist aber wirklich unmöglich für mich. Ich treffe eh schon nichts. Okay. Den haben wir. Tut mir voll leid für die Tiere. Einfach. Okay. Ja, ja. Okay. Okay. Dann heute mal ein etwas kürzeres Video. Aber... Ich hoffe, dir hat es trotzdem gefallen. Und... Dann würde ich sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und... Tschüss.